Heute geht es um Dankbarkeit. Ich wurde gefragt während einer Sitzung, naja, wie kann ich denn meine Dankbarkeit steigern, dass ich mal erkenne, wie gut ich es eigentlich habe, wenn ich nicht zufrieden bin. Das wurde aus einem Beziehungskontext herausgestellt, das heißt einfach, ich habe ja eigentlich alles bei meinem Partner, also um das klingt, ich habe ja alles bei meinem Partner, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich dafür dankbar bin oder dankbar sein kann. Und ich finde diese Frage sehr, sehr gut, denn ich denke, Dankbarkeit kann jedes Leben bereichern, nur kann man sie nicht künstlich erzeugen. Und das ist schon einmal der Punkt, wenn dir der Kopf sagt, ich sollte dankbar sein, dann kommt dir das nicht aus dem Gefühl raus, aus dem Bauch raus. Und ich möchte dir da mal ein Beispiel geben. Wenn du ein Geschenk bekommst, wo du dich wirklich freust drüber, dann berührt dich das auf einer anderen Ebene, dann sagst du anders Danke, dann bist du da anders bewegt, dann holt dich das irgendwo ab. Und das kannst du nicht faken. Du kannst zwar Höflichkeit sagen, ja, danke für diese schöne Kerze oder sonst was, aber du spürst es nicht, sondern wirklich diese Freude, die kommt ja woanders her. Ich habe das, also ich erlebe Dankbarkeit immer wieder in so Schüben, in so Phasen. Das sind oft auch so meditative Phasen, wo ich mich wirklich dann so fallen lassen kann und wo ich das Gefühl habe, am perfekten Augenblick zu sein. Und dann bin ich dankbar für alles, das es gibt. Dann fühle ich mich verbunden mit allem. Dann fühle ich so eine Einheit. Und ich habe das mal gespürt, zum Beispiel jetzt nur mal, ich habe Musik gehört, Beethovens Neunte, aber das soll jetzt nicht ein Soundtrick zur Dankbarkeit werden, sondern ich habe das gehört, bin in einem Wald gelegen und habe so in den Himmel geschaut und habe so in einem wunderschönen Sommertag, habe diesen Kontrast gehabt, Bäume, Himmel, Freude, schöner Götterfunke dazu. Und das war so ein tiefer Moment der Dankbarkeit, an den ich mich noch erinnere. Und das sind so Geschenke. Also meiner Meinung nach ist Dankbarkeit eine Qualität, die man trainieren kann. Aber dazu musst du, denke ich, offen sein, dich berühren zu lassen. Denn jeder Mensch kommt mit gewissen Gaben, mit gewissen Talenten und man muss eine gewisse Offenheit erzeugen, dass man sagen kann, okay, da lasse ich mich jetzt inspirieren. Das ist genauso wie mit diesem Video. Manche hören dazu und denken, was quatscht denn der Alte da? Und andere sagen, ja, das ist genau meins. Und dann bist du einfach offen, dann hast du eine Öffnung erzeugt. Und genauso muss man für Dankbarkeit eine Öffnung erzeugen, dieses Danke, dass du da bist, schön, dass du da bist. Und um jetzt auf das Bild, auf die Frage der Klientin zurückzukommen, warum ist sie nicht dankbar? Da waren einfach Enttäuschungen in der Vergangenheit und die haben das Feld, diese Dankbarkeit zugemacht und lassen dann diese Person nicht mehr ran, weil das Unterbewusstsein gesagt hat quasi, nein, der hat uns schon enttäuscht, der wird uns womöglich wieder enttäuschen, da machen wir gar nicht mehr so auf. Und dann lässt die Dankbarkeit natürlich nach. Dann kann man gar nicht mehr dankbar sein, ganz egal, was da passiert. Das heißt also, Dankbarkeit ist für mich eine Qualität des Offenseins, des Hingebungsvollseins. Und dieses Öffnen kann man natürlich trainieren. Und es ist eigentlich wie Sport, so kann man sich das vorstellen. Und wenn du diese Öffnung hast, dann erkennst du auch das Schöne, dann erkennst du das, wofür du dankbar sein kannst. Ein praktischer Tipp für mich wäre jetzt, wie kann man Dankbarkeit üben? Das heißt, wie werde ich denn offen? Wie kann ich Dankbarkeit üben? Ich kann einfach einmal für mich bitten, okay, ich wünsche mir ein Leben. Ich wünsche mir einen Zustand, wo ich dankbar sein kann für das, was ich um mich habe. Wo ich dankbar sein kann für das, was ich um mich habe. Und dann kann ich einmal von dieser Energie ausgehen und einmal schauen, wo spießt es denn da bei mir. Und da immer wieder so darum bitten, das ist eine Möglichkeit. Ich werde vielleicht jetzt mal, auch wenn ich rede, drüber kommt es mir so, vielleicht mache ich mal eine Meditation-Dankbarkeit. Vielleicht gibt es sogar schon was auf dem Kanal, ich weiß es gar nicht. Aber ich werde da mal was dazu machen, weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ist diese Dankbarkeit. Weil das ein Indikator dafür ist, genauso wie die Freude, bin ich offen für etwas. Also Dankbarkeit, Freude, Großzügigkeit, Liebe, das sind so Plus-Qualitäten. Und wenn du in einem Alert-Zustand bist, in einem Alarm-Modus, in einem Modus, hoffentlich werde ich nicht verletzt, hoffentlich werde ich nicht enttäuscht. Wo ja eigentlich die ganze Welt jetzt in einem Alert-Modus ist, chronisch seit über zwei Jahren. Hoffentlich werde ich nicht krank, hoffentlich ist jemand nicht das Böse, der Feind. Hoffentlich kommt nicht irgendeine Krankheit, eine Inflation, irgendwas daher. Da macht ja das Feld zu. Und da dann offen zu sein, ist natürlich die Lebenskunst. Na, wenn es dich noch mehr interessiert und wenn du wirklich noch tiefer an der Materie Dankbarkeit arbeiten willst, im September startet meine Ausbildung Mediale Energetik in Linz. Und ja, informiere dich gerne mal drüber, würde mich freuen. Und ansonsten wünsche ich dir eine gute Zeit. Lass mir einen Daumen hoch da, teile das Video, abonniere den Kanal. Und wenn du Fragen hast oder Vorschläge hast, was ich hier besprechen kann, dann freue ich mich natürlich, schreib es mir in die Kommentare rein. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Liebe Grüße aus Linz, dein Oliver Erini. Tschüss.